Aber warum schwitzt du denn so doll? Weil du so... heiß bist. Findest du echt? Ja. Ja, total. Guten Tag. Entschuldige mich bitte ganz kurz. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Ah! 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 Äh, kann ich das schon abräumen? Er macht sich nur kurz frisch. Natürlich mache ich. Ich komme später wieder. Ja. Moment, irgendein Idiot hat den Dünnschiss in die Hose gemacht! Ähm, Entschuldigung, ist das die Schlange hier? Ja, irgendjemand hat irgendjemand anderem offensichtlich... ...durchball? ...in die Hose gemacht. Kann ich das jetzt abräumen? Er macht sich nur kurz frisch. Natürlich! Ich komme später wieder!